Sehr willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zu einer neuen Serie. Bzw. nicht wirklich einer neuen Serie, sondern einer neuen Variation einer Serie. Und zwar zur ersten Episode von Bubble Time. Wir gehen in eine neue, ich sag mal, Ära hier auf dem Kanal, denn das wird jetzt die Serie, die einmal pro Woche kommen wird. Es ist auch durchaus möglich, dass in Zukunft mehr Bubble Time ähnliche Videos kommen werden. Allerdings kommt dazu, wenn es da wirklich der Fall sein sollte, in Zukunft nochmal ein spezifischeres Video. In dieser Serie geht es spezifisch um Fußball. Ich weiß, es ist in der Welt gerade einiges los. Beispielsweise haben wir die Präsidentschaftswahl in den USA. Hillary Clinton gegen Donald Trump für euch heute, für mich. Morgen wird feststehen, wer wird der neue Präsident, wer wird im Januar vereidigt werden als neues Staatsoberhaupt der Vereinigten Staaten von Amerika. Dazu gibt es einige interessante Politikthemen in Deutschland, in der Welt. Es gibt alles Mögliche, worüber man reden könnte. Aber wir reden hier auf diesem Kanal und in diesen Videos über Fußball und über die Ereignisse bzw. die Geschehnisse dieses Wochenendes. Wenn euch das gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Dieses Video wird jetzt einmal pro Woche kommen. Normalerweise, je nachdem, ob ich es schaffe, dienstags oder halt eben mittwochs, wird so ein bisschen meine Meinungen widerspiegeln, wird meine Gedanken widerspiegeln und wird in gewisser Weise auch, ja, so ein interaktiver Austausch mit euch sein. Denn ihr könnt hier in die Kommentare wirklich komplett frei, aber bitte auch ausführlich eure Meinung zu den verschiedenen Themen schreiben. Und ich werde auch in den Kommentaren darauf eingehen, antworten und natürlich aber auch da nur auf die Kommentare, die wirklich herausstechen, die wirklich gut formuliert sind, die ausführlich sind, die wirklich gute Meinungen dar spiegeln und so weiter und so fort, weil meine Zeit ist auch nicht unbegrenzt. Aber das ist auf jeden Fall so ein bisschen das Ziel dieses Bubble-Time-Videos bzw. dieser Bubble-Time-Serie. Und heute geht es das erste Mal um das Wochenende bzw. ja, um die Bundesliga, um die Premier League, um die zweite Bundesliga, um die Serie, um die Liga, um die Liga BBVA, so ziemlich um alles. Aber natürlich starten wir durch mit der Bundesliga. Es gab dieses Wochenende einige Überraschungen. Es gab dieses Wochenende einige Spiele, bei denen man eventuell nicht gedacht hat, dass sie so ausgehen, wie sie ausgegangen sind. Aber es war der Fall und wir starten mit dem ersten Spiel und das war das Freitagabendspiel Hertha BSC Berlin zu Hause im Olympiastadion gegen Borussia Mönchengladbach. Der Champions-League-Teilnehmer, der zuletzt gegen Celtic Glasgow sein Problem hatte, dass sie nicht Tore schießen wollten oder wollten, je nachdem, wie man es sehen möchte, gegen den Europa-League-Teilnehmer, der eigentlich in die Champions-League wollte und sollte kurz vor Ende der Saison gescheitert ist und dann in der Qualifikation gegen Brönnby tatsächlich noch ausgeschieden ist und dementsprechend nicht international spielt. Er hat sich aber die Tabelle trotzdem einigermaßen aufmischt. Hertha hat sich sehr gut erholt von der Niederlage gegen den direkten Konkurrenten aus Hoffenheim und hat Gladbach ziemlich vorgeführt. Gladbach hatte in der Anfangsphase einige Chancen, war das offensiv bessere Team, aber dann konnten sie einmal Mitchell Weiser nicht zurückhalten, denn mit einer genialen Chipflanke in die Mitte hat nochmal Jogi Löw gezeigt, ey, normalerweise hättest du mich für die Nationalmannschaft nominieren sollen und da steht da Salomon Kalou und der ist das erste Mal nach dem tragischen Tod in der Familie wieder da und macht den Flug auf Ball und Netzlein zum 1 zu 0. Gladbach ein bisschen geschockt, versucht zurückzukommen, aber Hertha ist eisekalt. Fehler von Elwedi, schießt Westergaard an und dann ist wieder Kalou da und macht seinen Doppelpack. 2 zu 0, also für Gladbach wurde es direkt noch bitterer Kramer. Erst mit einem taktischen Foul, die gelbe Karte dafür, dann mit einem etwas überhärteten Einsteigen, auch dafür gibt es die gelbe Karte in der Summe Gelb-Rot und Gladbach schon nach einer knappen halben Stunde in Unterzahl für 60 Minuten nach der Champions League unter der Woche. Das ist eine ganz schön harte Nuss, die sie da zu knacken haben und sie kamen nicht damit klar. In der zweiten Halbzeit hatten sie einige Gelegenheiten, ihnen wurden Handelfmeter bzw. Elfmeter verwehrt. Im Endeffekt war es dann aber nochmal Salomon Kalou, wieder nach klasse Vorlage von Mitchell Weiser, der kurz vor Ende der Partie mit dem 3 zu 0 für klare Verhältnisse sorgte. Gegen Hannover hat Salomon Kalou letzte Saison beim 3 zu 0 alle drei Buden gemacht, deswegen mir war schon nach den ersten beiden klar, der macht heute noch eine dritte. Hat er gemacht, klasse Leistung von Hertha, die stehen weiterhin oben und Gladbach so ein bisschen im Mittelfeld, so ein bisschen um sie gehören oben hin, aber kommen sie da wirklich in der Mitte der Saison? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare und schreibt mir vor allem rein, kann Hertha dieses Level so beibehalten? Mit Ibizovic und Kalou haben sie ja zwei absolute Top-Torjäger, dazu mit Weiser einen kreativen Mittelfeldspieler bzw. so gesehen ja auch Verteidiger. Und dazu haben sie noch eine relativ solide Defensive, ein gutes Mittelfeld, aber ist der Kader breit genug oder sobald eine Verletzung da ist, wird das ganze Konstrukt einbringen? Ich bin gespannt auf eure Meinung, denn Darida konnten sie verkraften, wie sieht es weiter aus und wie wird sich Gladbach fangen? Schreibt es mir in die Kommentare. Weiter ging es dann mit den Samstagsspielen. Bayer Leverkusen gewinnt gegen Darmstadt 98 mit 3 zu 2. Standesgemäßes Ergebnis, normalerweise erwartet man von Leverkusen ein bisschen mehr Souveränität, aber dieses Jahr ist alles anders, sie haben nicht sonderlich souverän gespielt gegen die Darmstädter, die zweimal die Gelegenheit hatten zurückzukommen und immerhin zwei Tore gemacht haben, was in der Bayer Arena auch gar nicht so einfach ist im Endeffekt, aber doch die Tore dann zu viel von Hakan Chalanolo, Julian Brandt und Charles Aranguis. Oder Aranguis, eigentlich wird da Aranguis ausgesprochen, alle sagen Aranguis, ich weiß nicht warum. Und ja, Bayer Leverkusen gewinnt schlussendlich mit 3 zu 2 gegen Darmstadt 98, auch wenn man wirklich sagen muss, das war nicht hundertprozentig souverän und da fehlt es noch ein bisschen, aber sie sind wieder in der Siegerspur und Roger Schmidt hat langsam ein bisschen mehr Erfolg. Dann das wohl Topspiel des Spieltages, Bayern München gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Hoffenheim mit Julian Nagelsmann, unglaublich stark dieses Jahr, nicht nur die Saison, dieses ganze Jahr und auch in München mit einem sehr mutigen Auftritt und einem sehr guten Auftritt gingen in Führung durch ein absolutes Traumtor von Kerem Demir bei in den Winkel geballert. Absolute Hashtag Thundercant. Na, wer weiß auch wen ich anspiele. Richtig, mein momentan Lieblings-Youtuber, muss ich ja ganz ehrlich mal so sagen. Bayern kommt aber zurück, ein vernünftig vorgetragener Angriff, Zuber muss da wohl mehr oder weniger hingehen, Eigentor 1 zu 1 und Bayern vergibt dann in der Schlussphase Riesenchancen, unter anderem Müller, der einfach das Tor nicht treffen will in der Liga und es bleibt beim 1 zu 1. Bayern ist die Saison nicht unschlagbar. Bayern ist die Saison vor allem über eine bestimmte Sache verwundbar und das ist Kampf und das ist Leidenschaft und das ist Mut. Wenn man mutig gegen Bayern auftritt, haben die ihre Probleme damit und ich bin mir nicht sicher, ob Bayern tatsächlich Meister wird. Allerdings zeigen auch andere Teams Schwächen. Borussia Dortmund zum Beispiel hat zwar standesgemäß gegen den HSV fünf Buden gemacht, aber auch zwei kassiert. Und normalerweise darfst du nicht gegen Hamburg zwei Tore kassieren. Das sind so viele, wie die die ganze Saison bisher gemacht haben. Man muss dazu sagen, es war ein schrecklicher Geburtstag für Uwe Seeler, da bin ich mir relativ sicher. Die kassieren fünf Buden, die haben in der ersten Halbzeit sich komplett abschießen lassen. Das war desolat, was sie da gezeigt haben. Das war nichts, was irgendwas mit Bundesliga zu tun hat. Ich leide mit den ich, als jemand, der bekanntermaßen Hamburg nicht sonderlich gerne mag. Ich leide mit den Fans, weil das haben die einfach nicht verdient. Ihre Mannschaft so zu unterstützen, die letzten Jahre waren so schwer, man hat so viel erwartet die Saison und bisher passiert einfach nichts. Aubameyang mit einer absoluten Show, die er da abgezogen hat. Dembélé hat noch getroffen und klar, Nikolai Müller macht zwei Buden. Und man kann vielleicht sagen, ja, diese eine Szene mit Gregoritsch, das hätte nicht abgefüben werden müssen. Aber glaubt man wirklich, dass Hamburg noch gewonnen hätte? Ich denke nicht. Und ich glaube, da gibt es momentan richtig Probleme. Der neue Sportdirektor, der gesucht wird, die Suche geht nicht wirklich voran. Bayersdorfer, man weiß nicht, soll man mit ihm weitermachen oder nicht. Die Spieler wollen teilweise alle nicht so wirklich, hat man das Gefühl. Und auch der Trainer, ich weiß nicht, Markus Gießdorff. Viele haben sich einiges von ihm erhofft. Ich glaube, und ich würde fast darauf wetten, es wird noch einen Trainerwechsel bei Hamburg geben. Bei Dortmund scheint es langsam zu laufen, aber die Defensive, da muss noch ein bisschen was passieren, weil zwei Tore gegen Hamburg kannst du, wenn du Meister werden willst, bei so einem Spiel eigentlich auch schon wieder nicht kassieren. Dann zwei Ergebnisse, die vielleicht einige überrascht haben, für mich aber nicht so überraschend kamen. Ingolstadt verliert zu Hause gegen Augsburg. Lange Zeit ein unglaublich langweiliges Spiel, ohne wirkliche Chancen. Es sah nach einem 0 zu 0 aus. In den letzten fünf Minuten bringt sich Ingolstadt um den unverdienten Lohn und kassiert noch zwei Buden durch. Raul Bobadier, den Einwechselspieler, den paraguayischen Nationalspieler, der direkt nach seiner Rückkehr mal wieder zeigt, warum er so unglaublich wichtig für Augsburg ist. Und durch Altin, top dazu noch eine rote Karte für Lewels, der da das Frustvollein Korbe geht. Es sieht nicht gut aus für Ingolstadt und Augsburg befreit sich zumindest ein bisschen. Die müssen so weit aber auch nicht glauben. Mit Bobadier könnte es zumindest ein bisschen wieder bergauf gehen, sobald Finn Bogason vor allem auch wieder da ist. Und dann noch Freiburg gegen Wolfsburg. Freiburg zu Hause seit Ewigkeiten ungeschlagen und dann kommen die Wölfe, die eigentlich in der Krise sind und gewinnen 3 zu 0. Ich habe es bei Footballstars gesagt am letzten Donnerstag. Ich glaube, dass Wolfsburg sie aus der Krise schießt. Ich hätte nicht gedacht, dass sie 3 zu 0 gewinnen. Das fällt auch in der Summe ein bisschen zu hoch raus. Aber nichtsdestotrotz, eine klasse Leistung, da kann man nichts gegen sagen. Richtig stark von Mario Gomez. Zwei Buden gemacht. Dazu noch der Elfmeter von Riccardo Rodriguez. Rot ein bisschen zu hart in der Situation. Es gibt so gesehen keine Doppelbestrafung. Es war in meinen Augen nicht nur eine Aktion gegen den Gegner. War nicht zwingend rot. Aber gut, im Endeffekt bekommt Günther die Karte. Rodriguez nutzt die Chance. Und Wolfsburg schießt sich ein bisschen aus der Krise. Valerio Ismail wird Cheftrainer. Ehemaliger 96er. Ich bin gespannt, wie er sich schlagen wird bei Wolfsburg. Mit Nordklubs kennt er sich ja aus. War ja bei Bremen, bei Hannover, jetzt bei Wolfsburg. Aber ob er wirklich die richtige Lösung ist, schreibt mal in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, ob jemand ohne wirkliche Profitrainer-Erfahrung der richtige Mann für die Ansprüche des VfL ist. Und dann haben wir selbstverständlich noch das Topspiel am Samstagabend. Frankfurt gegen Köln. Zwei Mannschaften im Aufwind. Allerdings sah das nicht so wirklich so aus. Zumindest auf einer Seite. Frankfurt mit einem guten Spiel. 1 zu 0 gewonnen. Das Ganze auch in meinen Augen ziemlich verdient. Allerdings war das, was Köln da gezeigt hat, nicht so wirklich das, was man vorher von ihm gesehen hat. Gacinovic war der Torschütze, aber von Köln kam nicht wirklich viel. Von Modest fand ich sonderlich viel zu sehen. Der war auch irgendwie ein bisschen angeschlagen. Wirkte zumindest auf mich so. Und allgemein war das spielerisch nicht so stark wie in den letzten Wochen. Frankfurt ist natürlich auch unangenehm zu bespielen momentan. Die haben Selbstbewusstsein. Die wissen, was sie können. Die wollen auch weiter nach oben. Aber trotzdem war ich ein bisschen enttäuscht von Köln. Vielleicht so ein bisschen der Einbruch. Wir hoffen es mal jetzt nicht. Ich denke mal, Schmattke und Stöger werden die richtigen Worte finden, um die Jungs wieder aufzubauen. Nächste Woche wieder Heimspiel nach der Länderspielpause. Und ich denke mal, da wird es wieder. Und bei Frankfurt. Bei Frankfurt läuft. Ich hätte sie auf den Relegationsplatz getippt, beziehungsweise ins Abstiegsrennen. Aber momentan sieht das richtig, richtig gut aus. Sonntagsspiele. Selbstverständlich dürfen wir die nicht vernachlässigen. Leipzig weiterhin im Aufhören. Das ist unglaublich. Immer noch umgeschlagen. Punktgleich. Mit dem Bayern 24 Punkte. Das ist eine unfassbar starke Leistung. Und vor allem auch gegen Mainz. Ein eigentlich Euro-League-Anwert. Auch wenn die eine Klatsche bekommen haben gegen Anderlecht. 3 zu 1 zu gewinnen. Das ist schon stark. Forsberg und Werner die beiden Protagonisten. Nach drei Minuten schon das 1 zu 0. Forsberg mit der Klasse Vorarbeit. Werner ist kalt. Dann Werner mit der Klasse Vorarbeit. Forsberg macht es gut. Und dann nochmal Forsberg mit der Klasse Vorarbeit. Und Werner staubt ab. 3 zu 0 zur Halbzeit. Das Spiel war durch. Keine Frage. Leipzig zeigt, dass sie definitiv auch mit den Top-Teams konkurrieren können. Beziehungsweise den aus dem oberen Mittelfeld. Und momentan ist kein Leistungseinbruch zu sehen. Er wird vielleicht irgendwann kommen. Aber ich bin mir sicher, das wird gefährlich für die etablierten Top-Teams da oben. Und die internationalen Plätze spielen. Bei Mainz, ja, Moral ein bisschen gezeigt durch das Tor von Bell. Aber das war nicht wirklich was. Da muss im nächsten Spiel ein bisschen Wiedergutmachung betrieben werden. Vor allem auch für die Fans. Denn die werden mit einem 3 zu 1 in Leipzig gar nicht so zufrieden sein. Und dann das letzte Spiel. Ich habe es so erwartet. Bremen verliert gegen Schalke. Ja, es war ein Spiel, wo man wieder gesehen hat, woran es bei Bremen hapert. Selbstverständlich haben sie nicht den besten Kader. Selbstverständlich nicht den breitesten Kader. Aber auch beispielsweise ein Wiedwald. Zweimal sieht er nicht sonderlich glücklich aus. Ich meine, klar, der erste Schuss von Meier. Also wer mit einem Muskelfaserriss oder Bänderriss oder sowas so gut spielt. Respekt. Auch ein schönes Tor dann von Schöpf der Kopfball. Allerdings sah da nicht unhaltbar aus. Und auch die zweite Szene. Naldos Freistoß. Nicht gut mitgelaufen. Aber auch nicht ideal abklatschen lassen. Es soll nicht an Wiedwald festgemacht werden. Gar keine Frage. Wiedwald ist nicht der Schuldige. Definitiv nicht. Also da gibt es deutlich Schlimmere. Bei Bremen ja. Die Defensive war auch nicht stark. Aber das sah trotzdem nicht so glücklich aus. Bremen ist dann nochmal zurückgekommen. Schalke hat aber durch Schöpf alles klar gemacht. Und ich glaube, bei Schalke geht es langsam wirklich bergauf. Nachdem sie ihre Probleme hatten. Und bei Bremen. Ja, ich weiß es nicht. Was meint ihr? Natürlich, das will ich dieses Spiel dieses Wochenende. Aber nicht irgendwas aus der Bundesliga. Sondern das Derby für mich. Ich war in Braunschweig vor Ort. Und habe das 2 zu 2 von Hannover 96 gesehen. 96 mit einem guten Start in die Partie. Dann ein bisschen verunsichert. Und nach einer Pyro-Aktion. Und nachdem Kalifi da zusammen mit Omladic mit Feuerzeugen beworfen wurden. Und sich entschlossen haben, die Ecke nicht kurz wie vorher. Sondern lang auszuführen. Steht dann Domi Kumbela da irgendwie mit Glück. Und der Hacke zum Tor. Und kontrolliert das Ding. Und bringt ihn in die Mitte. Und was Ken Reichel, der macht das natürlich klasse. Den Ball auch noch durch genau die beiden Spieler, die auf der Linie standen, durch. Zum 1 zu 0 für Braunschweig. Hannover zeigt Moral. Hannover konnte zurückkommen. Allerdings nicht so wirklich mit guten Abschlüssen. Ab und zu mal unpräzise Abspiele in der Offensive. Und dann kam Braunschweig. Und kam mit Hernandez nach einer wieder ganz, ganz bescheuerten Aktion. Konterwollten da einleiten. Fehlpass direkt weiter gespielt. Und es kommt das 2 zu 0. Aussichtslos in Braunschweig. Tabellenführer. Aber Dresden hat es gezeigt. Man kann dagegen zurückkommen. Und auch Hannover hat wieder gezeigt. Man kann gegen Braunschweig definitiv zurückkommen. 2 Minuten später Martin Arnick abgefälscht von Saulo Di Kali. Glücklich mit dem 2 zu 1. Und danach war 96 das spielbestimmende Team. Klar, Braunschweig hatte einige Gelegenheiten. Tom Bela, gar keine Frage. Da hätte er eine Bude machen können. Aber wir hatten auch unsere Gelegenheiten. Und irgendwann in der 66. Minute kommt Kenan Karaman, der bis dahin wirklich kein super Spiel gemacht hat. Bekommt den Pass von Bacalorz, der ein unglaublich gutes Spiel gemacht hat. Tunnelt seinen Gegenspieler und ab in den Winkel. Richtig geniales Tor zum 2 zu 2. Absolute Eskalation im Block. Das kann ich euch garantieren. Richtig geile Momente. Und bis zum Ende blieb es dann beim 2 zu 2. Zugegebenermaßen, man hatte die Chancen. Braunschweig war ab der 75. Minute später. Spätestens stehen, K.O., gar keine Frage. Wir hatten dann ein bisschen Pech. Haben den Elfmeter nicht bekommen. In meinen Augen war es auch keine Ecke gegen Philippe, der übrigens ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Also vor Mainz zu 0. Aber ich habe es nicht wirklich gesehen. Und man konnte auch nie wirklich irgendwie Kritik sehen. Aber es war definitiv ein Elfmeter. Aber wir haben die Chancen selbst vergeben. Wir hatten sie. Wir haben sie nicht genutzt. Vielleicht ein bisschen zu lapidar. Das muss gegen Aue wieder besser werden. Aber ich denke mal Braunschweig. Man hat gezeigt, wie man gegen die bestehen kann. Dresden und Hannover. Und Hannover, ja, nicht verloren. Das ist doch gut. Und gegen Aue soll es genauso weitergehen. Für mich der Man of the Match definitiv. Martin Harnik. Er ist unser Leader. Und Marvin Dackalor zwar auch stark. Aber Harnik mit seinem Tor, das war schon ziemlich, ziemlich gut. Und ziemlich, ziemlich wichtig. Zumal zu dem Zeitpunkt der Vollpfosten des Spiels. Das werde ich bei 96 jetzt immer machen. Nicht Edgar Pripp, der früh gelb gesehen hat und ausgewechselt werden musste. Sondern Jasmin Feisic. Das ist eine schwere Entscheidung zwischen Hernandez, der vor der Kurve gejubelt hat und im Endeffekt von mir noch einen Mittelfinger bekommen hat. Nach dem Spiel was auch gesehen hat, was mich sehr gefreut hat. Was ihm wahrscheinlich nicht gejuckt hat, aber das ist mir egal. Hauptsache er hat es gesehen. Aber Feisic. Wow. Also dass der Profi ist. Ich glaube von seinen 15 Abschlägen waren 14 im Seitenhaus. Was da los Braunschweig? Gikiewicz? Hätte der glaube ich schon gerne zurück, oder? Kommen wir noch kurz zur Premier League und zu den anderen Ligen. Real Madrid gewinnt standesgemäß 3 zu 0. Nizza mit der ersten Niederlage. Brechen sie ein. Ich hoffe und glaube nicht. Ich glaube das war gegen Kando und Ausrutscher. Der schlafende Riese Europas. Milan gewinnt erneut durch ein Tor von Lapadula ganz, ganz spät. Dazu kommt Barcelona, die 2-1 gegen Sevilla gewinnen. Man United gewinnt gegen Swansea. Man City fängt sich in unglaublich dummen Ausgleich in der 90. Minute gegen Middlesbrough und steht dementsprechend nicht mehr ganz so gut da. Liverpool, unglaublich stark die Saison neuer Tabellenführer mit Jürgen Klopp und einem 6 zu 1 gegen Watford. Auch Chelsea gewinnt 5 zu 0 gegen Everton und steht denke ich mal relativ weit oben in der Tabelle. und nicht zu vergessen, es sieht nicht gut aus für West Ham weiterhin. 1 zu 1 gegen Stoke. Sie kommen nicht so wirklich unten raus. Alan Pardew sieht auch nicht gut aus. Aber David Moyes und leider Sunderland haben gewonnen. Für mich als Newcastle-Sympathisanten ärgerlich. Aber nicht so wild. Newcastle hat übrigens gewonnen. Sehr, sehr schön. Und dazu kann man eigentlich nicht mehr weiter sagen. Momentan, ganz ehrlich, sie own die 2. Liga. Sie own die 2. Liga, gar keine Frage. Ich denke mal, die werden sehr relativ sicher aufsteigen und da muss ich mir keine Sorgen machen, dass ich nächstes Jahr Premier League Fußball sehe, wenn ich da oben bin im Norden Englands. Das war es von der ersten Episode von Bubble Time. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr in den nächsten Wochen anders oder besser sehen wollt. Ich weiß, es war sehr lang, aber ich muss dir auch ein bisschen erklären. Ich denke mal, die nächsten Wochen werde ich es noch ein bisschen runterkürzen. Aber dieses Wochenende war halt auch einfach sehr ereignisreich und von daher hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Checkt die Links in der Beschreibung zu IG Vault, zu meinem Merchandise und so weiter und so fort. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt doch euch auf, macht's gut, haut rein und ciao.